Leute, wir sind zurück, Splatoon 3 Online mit dem guten Miku am Start und wir haben ein Thema vorbereitet für euch. Sehr interessantes Thema, wir werden heute über unsere Erfahrungen mit der Play Pony Station 2 reden, also Playstation 2. Ja, Miku, fang mal du an. Erzähl uns ein bisschen über die Playstation 2, was ist deine Meinung zu der Konsole allgemein. Erzähl uns mal ein bisschen. Allgemein finde ich die Konsole durch die Diversität an Spielen bis heute eigentlich sehr gut. Ich meine, die Konsole hat mich in meiner Jugend begleitet mit Final Fantasy X. Oh ja, FFX. Auch sehr viele Anime-Spiele. Das war die erste Konsole, wo ich wirklich Anime-Spiele gekauft habe und gespielt habe, so extrem. Dragon Ball. Alle Naruto-Teile, Dragon Ball, ein paar One Piece Games. Das war halt für mich eine Konsole, die mich über Jahre auch begleitet hat. Ja, ja. Davon gab es natürlich auch mehrere Versionen. Welche Version hattest du denn? Ich war immer ein Fan von der Fat Lady. Ja. Ich habe zu Hause bei mir immer noch eine Fat Lady stehen. Du bist ja sogar zur Playstation 1 abwärtskompatibel. Richtig. Ich habe noch eine Fat Lady hier stehen, die sogar gehackt ist, Leute. Aber das ist ein anderes Thema. Modding über Konsolen können wir ja mal selbst behandeln in einem anderen Video. Aber zur Playstation. Fat Lady-Fan bin ich. Ich liebe die Playstation 2 als Konsole. Es gibt so viele geile Spiele. Jak and Dexter habe ich geliebt. Und was gab es noch? Dratengard 1 habe ich gespielt. Oh, eins der zwar sehr anstrengend zu spielenden Spiele, weil die Story echt nichts für schwache Nerven ist. Aber ein richtig geiles Spiel. Final Fantasy X und X-2 natürlich. Darf man auch nicht vergessen. Ja, und XII halt auch, ne? Ja, obwohl XII... Schwierig. Ich liebe XII in der Standard-Playstation 2-Version. Wohingegen ich die Zodiac Age-Version nicht so geil finde. Ähm... Ja, darum geht es doch jetzt aber nicht. Aber zum Beispiel ist es... Genau. Weißt du, dass da auch der Einstieg ist bei der Playstation 2? Äh... Welche Reihe ist da gestartet? Kingdom Hearts. Oh, stimmt. Kingdom Hearts, ne? Ich weiß noch, wie das Neue war. Da habe ich eine nette Anekdote. Auf Kingdom Hearts bin ich nur gekommen... Mir wäre diese Reihe nie aufgefallen, hätte ich die nicht bei einem Freund ausgeliehen. Ich habe auch Kingdom Hearts bei einem Freund zuerst gesehen. Du auch? Du hast dasselbe wie ich durchgemacht. Ich habe auch zuerst beim Freund gesehen. Und ich habe nur... Ich weiß noch, wie ein Freund die nur die... Er hatte aber nur die CD, nicht die Hülle. Und ja, ich habe das gesehen, dachte so... Ich habe gedacht, weil Final Fantasy, ne? Er hat gesagt, guck mal, da ist jemand aus der Achtung. Ich dachte mal so... What? Wieso läuft es mit Donald rum? Es war als erstes, wo ich das erstes Mal Kingdom Hearts gesehen habe, ich habe das nur Gameplay das erste Mal gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie das Cover aussieht, geschweige denn, ob eng ein Trailer oder so. Früher war es ja nicht so. Ich habe zuerst gesehen, wie das Gameplay... Da hat jemand einfach, glaube ich, durch irgendeine Welt rumgelaufen. Und plötzlich durch die erste Welt in Kingdom Hearts mit dem, wo Squall halt ist, ne, Leon? Ja. Ja, ja, genau. Mit Sid und so weiter. Da dachte ich mir so... Das war für mich so surreal einfach. So, ehrlich, als ich es gesehen habe. Das war für mich einfach... Was ist das? Wieso läuft der mit Donald und Gofio? Das war so... Das war einfach Mindblowing auf dieser Konsole. Und dann kam ja auch noch das wohl beste Spiel der Reihe aus dieser Reihe. Kingdom Hearts 2, Alter. Ich habe das so 100%... Ich habe das mehrmals zu 100% durchgesucht. Ich auch. Mehrmals. Also das habe ich auch mehrmals zu 100% durchgesuchtet. Und ich weiß auch noch... Mit einer, wie ich finde, auch echt guten deutschen Synchro. Kingdom Hearts 1 klang noch sehr Fan-Dub-mäßig. Wenn man sich das heute anhört. Aber Kingdom Hearts 2 klang schon echt gut für seine damalige Zeit. Bin ich riesen Fan von der deutschen Synchro. Also die Playstation 2 hat mich... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mich auch durch die Jugend auch so gut... Sehr gut begleitet. Durch die frühe Jugend. Ja, mich auch. Allein schon die ganzen Storys, die da bei Feindfin 10... Am Ende, da hat man geweint. Dann Kingdom Hearts. Das war auch sehr emotional verpackt. Aber auch mit Freunden habe ich das viel. Weil die Spiele sehr viel erlebt. Was auch rauskam, ist wohl auf dieser Konsole das berühmteste GTA-Spiel bis heute. GTA San Andreas. Ja, das ist auch so eine Sache, ne? Mit Cheats und Codes, die man im Internet... Oder beziehungsweise irgendwo gefunden hat. Genau. Und da konntest du die eingeben. Und du hattest halt massiv viel Spaß mit San Andreas dann. Aber worauf ich eben noch hinaus wollte, ist mit den wenigen Storys und Final Fantasy und so weiter... Das sind halt wirklich, ähm... Blessing 2 hat durch die ganzen Geschichten halt mich auch wirklich sehr geprägt. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich halt sehr viel mit Nintendo bin. Aber Blessing 2 hat mich durch die ganzen Feindfin 10 und so weiter... Ähm, und Kinemharz haben mich die Geschichten halt auch sehr, sehr geprägt. Weil ich halt auch zu der Zeit, ähm... Deswegen... Ich hab mich bei Final Fantasy X quasi selber so richtig reingefühlt, weil ich ja zu der Zeit selber Liebeskummer hatte. Und deswegen hat mich das Ende noch mehr getroffen, dass die sich da trennen. Ja. Lebt wirklich, ähm... Das war hart, ne? In der frühen Jugend. Ja, und das war halt wirklich... So kannte man das ja nicht, ne? Du hast ja vorher so höchstens Super Nintendo oder N64 gehabt. PlayStation 1 hatte nicht so eine diepe... Ja klar, Final Fantasy 7 hatte eine diepe Story, aber... Ich fand die ersten PlayStation 1, Final Fantasy, für Kinder ein bisschen zu schwer. Ja, ja. Ich hab zwar gespielt, aber am Anfang... Ich fände, am Anfang sind die noch ein bisschen zu schwer. Und die ganzen Geschichten... Ich meine, die Musik war Final Fantasy X. Wenn du die heute hörst, oh mein Gott, einfach. Oder halt... Das Einzige, was das toppt an der Musik ist, meine ich, FF9. Es gibt keine Final Fantasy, was 10, glaube ich, vom Soundtrack her toppt. Also 10 war da schon massiv gut. Und ich glaube, 10 hatte... Hatte 10 einen orchestralen Soundtrack? Ich glaube nicht, ne? Ja. Oder? Weiß ich nicht. Ich meine, den orchestralen Soundtrack haben sie erst mit dem HD Remaster eingeführt. Naja, wie dem auch sei. Es ist ja nicht verwerflich, dass sie das so gemacht haben. Richtig. Aber du hast halt... Ich hab... Aber ich weiß nicht. Hat dich die Playstation 2 irgendwie so durch ne... Durch ne... Durch ne... Zeit getragen, wo du dich noch gut... Gut rein erinnerst, was du sonst noch so gemacht hast, außer zu zocken? Ich weiß noch, dass ich viel mit Freunden halt auch gespielt habe. Ich weiß, dass ich... Weil wir mit Freunden halt... über Final Fantasy X halt noch geredet habe über das Spiel. Wie man am besten irgendwelche Sachen löst. Weil man halt... Nicht jeder hat das Lösungsbuch, ne? Ich glaube mit... Ich glaube, du erwähnst da schon das, was mir auch am meisten hängen geblieben ist. Die Zeit, die ich mit Freunden mit dieser Konsole verbracht habe. Ähm... Das wird ne Zeit sein, die ich niemals vergesse. Jack and Dex, der Kingdom Hearts, hab ich mit Freunden zusammengespielt. Ähm... Final Fantasy X hatte ich, glaube ich, alleine gespielt. Das ist aber auch ne nette Anekdote. Mein Vater hatte mir damals Final Fantasy X, glaube ich, gekauft. Ähm... Und ich hab's geliebt. Äh... Oder als ich... Ich glaube, Final Fantasy X das erste Mal gesehen habe ich das Spiel in einem Kaufhaus. Als das... Als die Playstation 2 da ausgestellt war. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß noch... Ich weiß noch das Beispiel, dass ein Lied von Final Fantasy X 2, ne? Ähm... Final Fantasy X 2 hat ja auch möglichst gute Musik. Meinst du 1000 Words zum Beispiel? Ne, ne, nicht mit Vocal. Sondern ein Lied, ähm... Was halt eher so melancholisch klingt. Ich hab das Namen vergessen. Bei Final Fantasy X 2. Ist ja auch völlig Wurst. Du meinst Real Emotion am Anfang wahrscheinlich. Der Startscreens, oder? Nein, 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 nein. Ne, ne, ne. Es ist halt eher ruhiges Hintergrundlied. Ah, okay. Nichts wird gesungen. Nichts... Da wird nichts gesungen. Nein, nein. Bei Real... Das... Bei Real Emotion, wenn du das Spiel startest, wird auch nicht gesungen. Es ist reine Hintergrundmusik. Ne, ne, ne. Das meine ich nicht. Okay. Das meine ich nicht. Das kennt... Das würde ich wissen, wie das heißt. Okay. Ich weiß noch nicht, wie das heißt. Ähm... Irgendwas Bekalm. Also irgendwas Beruhigendes. Okay. Und eher so... Melancholisches, sag ich mal so. Das Lied zum Beispiel erinnert mich an meinen ehemaligen... Also an meinen damaligen... Zu der Zeit, die ich hatte, besten Freund. Zum Beispiel. Ja, chillig. Cool. Krass, oder? Das ist halt die Musik für PlayStation 2 Ära, ne? Ich weiß auch noch, wie ich mit Kumpels damals, ähm... Bei jemandem mit immer Budokai Dragon Ball Genern gekämpft habe. Das war ja auch so der Zeit. Budokai 3, ne? Wie ich mit Nachbarn, ähm... Diskutiert habe. Über Freunde, auch über andere Freunde und so weiter. Wie wir darüber diskutiert haben, wer jetzt nun weiter ist in den neuen Naruto-Game. Naruto... Ich bin mit Bus Naruto nach Hause gefahren, hab währenddessen das Manual gelesen auf dem Weg nach Hause. Ah... Geil. Weißt du, wie ich... Einfach geil. Wir haben uns drüber, wir haben uns drüber gestritten, wer jetzt nun weiter ist. Und der andere so, ich habe den Hokage der vierten Generation freigeschaltet in Naruto Storm 2. What? Ja, ja. So was halt, ne? So, genau so was. An so was erinnere ich mich auch. Aber ich habe eher keine Anime-Spiele gespielt. Heute weißt du ja sowas schon vor Release. Genau. Wie die ganzen Charaktere, wer vorkommt. Da we... Ich war damals noch nicht so in der Anime-Bubble drin, ähm... Zur PlayStation 2-Zeit. Ich habe eher mit Freunden Kingdom Hearts oder Need for Speed Underground. Underground, Underground 2, Most Wanted gespielt. So was halt. Das verbinde ich sehr viel mit, äh, Freunden zusammenzocken. Und dass ich dann vorbeigekommen bin, nur damit wir zusammen spielen. Äh... Mit sowas verbinde ich das. Aber um nochmal zur Konsole einmal einen Schlag zu machen, was man auch nicht vergessen darf. Ich glaube, die PlayStation 2 war die erste Konsole, mit der du auch online spielen konntest. Ja. Wenn du diesen Netzwerk-Adapter holst... Artikel. Ähm... Ich habe den hier zu Hause, weil du an den eine Festplatte anschließen kannst. Ihr könnt euch jetzt denken, wohin das führt. Äh... Ähm... Aber das war die erste Konsole, die versucht hat, online das Internet zu nutzen für Online-Game... Play... Online-Games. Genau. Final Fantasy 11 konnte man darauf spielen. Die Urversion. Ähm... Final Fantasy 11 kann man bis heute, glaube ich, nicht weiterspielen. Aber, ähm... Gab es das mal für PC? Doch, gab es mal für PC, oder? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, ne? Aber auf jeden Fall konntest du das da auf der PlayStation spielen. Und... Das war halt einfach damals eine komplette Neuerung, bis natürlich die Xbox Classic kam. Womit dann Online-Gaming absolut präsent wurde. Ähm... Da muss man halt daran denken, dass es mit der PlayStation 2 eigentlich richtig anfing, mit dem Online-Play. Ähm... Aber es ging halt nur mit der Fat Lady, glaube ich. Das darf man nicht vergessen. Nur die Fat Lady hatte, glaube ich, diese Funktionen. Ähm... Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, weil das... Ich weiß auch nicht, ob die Slim das hatte oder so. Aber ich habe das mittlerweile... Ich habe beide Konsolen hier. Ich habe die Fat Lady hier. Ja. Aber ich habe auch die Slim, also die kleine. Und ich finde, die Fat Lady macht sich gut im Regal. Während die Slim halt eher die Konsole ist, die man irgendwo mit hinschleppen kann. Stimmt. Im Schlafzimmer aufbauen oder was auch immer, weißt du? Du kannst bei der PlayStation 2 ja... Memory Card ist einfach den Speicher, der ist ja nicht intern. Du kannst den einfach im Memory Card einfach da reintun, da reintun und schon wird die abgespielt, ne? Was man auch sagen muss ist, zu PlayStation 2, ihr könnt die Konsole sowohl hinlegen als auch hinstellen. Nur bei der Fat Lady möglich ist aber, dass man das PlayStation-Symbol drehen kann. Das geht nur bei der Fat Lady vorne am Laufwerk kannst du das PlayStation-Symbol drehen. Das geht weder bei der Slim noch bei sonst irgendeiner anderen Konsole. Das geht nur bei der Fat Lady. Das ist auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, ne? Richtig, das kann nur die Fat Lady. Und ich liebe die Fat Lady einfach ganz, ganz doll. Ich habe sie zu Hause. Ich werde sie niemals verkaufen. Niemals! Warum auch, ne? Richtig. Und PlayStation 2 ist einfach eine schöne Konsole gewesen von Sony. mit vielen tollen Spielen. Auch die letzten guten Spiele von Naughty Dog. Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen, aber sowohl Last of Us als auch Uncharted sind alles Drecksspiele. Also, wir, also Leute, wir persönlich verbinden halt sehr viel Nostalgie auch mit der PlayStation 2. Das war wirklich eine der Konsolen, wo man auch wirklich so aktiv noch, also wir waren in dem Alter, wo man aktiv auch neue Spiele releasen, so ein bisschen mitbekommen hat. Richtig. Und diese Konsole hat damals, ihr werdet es nicht glauben, 1000 D-Mark gekostet, glaube ich. 1000 D-Mark. Was? Nein. Doch, zur Release war die schweineteuer. Also, die hat richtig Asche gekostet. Kontrolliert, äh, korrigiert mich bitte gerne, wenn ich falsch liege. Aber ich meine noch in Erinnerung zu haben, dass die bis zu 1000 D-Mark gekostet hat. Und... Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht dran. Ich meine, dass... Da hast du irgendwas Falsches gelesen. Nee, nee, ich meine das tatsächlich so in Erinnerung zu haben. Aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Vielleicht verwechselst du es auch mit der Playstation 3, denn die wurde am Anfang richtig teuer. Ja, aber die hat keine... Da war schon der Euro drin. Deswegen sage ich ja bei der Playstation 2 explizit 1000 D-Mark. Weil die Playstation 2 kam noch zur Zeit raus, da gab es noch die D-Mark, glaube ich. Und... 2002 wurde die D-Mark eingeführt. Äh, die Euro, ne? Genau. Ich meine 2002. Ja. Genau. Und... Deswegen meine ich das so. Aber Leute. Playstation 2 war eine tolle Konsole. Korrigiert mich, wie gesagt, gerne, wenn ich falsch liege. Ich kann mich halt auch irren. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Kann ja passieren bei Menschen, dass sich Menschen oft falsch erinnern. Ähm. Ja. Was ist eure Meinung zur Playstation 2? Verbindet ihr... Was für eure Lieblingsspiele auf der Playstation 2? Richtig. Das würde mich gerne interessieren. Verbindet ihr damit... Ich habe ein Dutzend Spiele hier, ne? Ja, ich auch. Ein Dutzend. Verbindet ihr mit der Konsole auch sehr viel Nostalgisches? Oder habt ihr vieles erst nachgeholt und habt gar keine nostalgische Verbindung zu dieser Konsole? Schreibt es uns in die Kommentare. Das war es aber von uns. Äh, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Liked unsere Videos, abonniert unsere Kanäle. Würde uns freuen. Und... Wir sehen uns im nächsten Splatoon-Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.